hallo moin moin und willkommen zurück bei rocket league mit wacke wir sind der club der wuhr girls boys okay alles klar ich bin eine wuhr girl mit bart ja du warst doch das mädel mit dem bart die kleine blonde mit der tiefen stimme los geht's oder so ich muss ja genau du musst ich muss das machen online spielen wir spielen online 12 versus zwei heute ja bitte spiel suchen bitte wähle eine playlist auch aus was habe ich doch okay das auto in der playlist ja du nimmst oh gott naja wir waren doch girls noch nicht jetzt wir das nicht vorher sagen können ja doch macht er jetzt nichts da schnell genug noch ja man ich finde deine schleife so geil aber ja wir haben gesehen so lange nicht gespielt lange lange nicht gespielt ja ich oder du du ich wir sind schlecht wie eh und je und je wo ist der ball da pick ich nein den krieg ich nicht wow pam verkehrte richtung ja also für alle die das zum ersten mal gucken rocket league fußball mit autos wie man sehen kann einfach und ja der ist und ich wir sehen uns blutige loops in diesem spiel ja aber anfänger ich sagen trotzdem immer noch schlecht du musst dir mal angucken wie ich da jetzt noch voll vorbeischießt an dem ding ja schön ich wollte leider schuss war auf dem ball auf treffen weiße ja der war einfach gewesen richtig aber hey so es steht schon 0 zu 2 schön ich du ich feier mein mein turbo so sehr ja dieser blümchen turbo ist der geilste passt zu der kabel der war knapp nein soll jetzt aber nein was weiß ich hab ja 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 das ist nur der geile sack ist einer mit sehr cool eingedribbelt ein traum traumtor so das gleiche noch mal du ich alle doch ich du ich du flogen einfach vom feinsten geklärt kommt jetzt gott nein bock wird machen du ich habe kein turbo nur ein alles cool ja ja sagte alles cool das wir ja ja ganz cool das gegnerisches tor wird das alles cool alles cool klar na super wir sind glaube ich schwierigkeitsmodus minus fünf für die gegner du bist ja diesmal du roms da hatte das gibt es doch überhaupt nicht geil abgewährt und ich mache so schöne rückwärtsseite also ich bin so oder so in reale ist kein fußball-fan ein richtiger sei ja mit nacht druck den aller gesehen hat er gesehen ja was ich sagen wollte ich bin schon sowieso ein richtiger fußball-fan also bin ich in dem spiel so ich habe witzigerweise auch nicht ich habe mit flussball so gar nichts am hut ja ich auch nicht so was wo der ist ja schon hier ja bocke mit nachdruck ja nein doch das war eine gekonnte ablenkung hast du gesehen wie ich den typen abgelenkt habe ja aber gar nicht gar nicht damit gerechtlich dass ich den ball nicht treffe da guck ich drehe mich sogar noch nach links weg du du bist ja ich ja gott war das schlecht dabei will ich die noch eigentlich steht 33 eigentlich wollte ich ihn mit nachdruck rein donnern das habe ich gemacht ja das hast du gemacht das ist sehr gut schuldigung und nein ich fahre daneben lol entschuldige alles gut ich wollte den ball spielen ja ja alles gut ohne rocke nehmen jetzt mit nachdruck nein ich war schon wieder daneben ja geil wir haben es noch geschafft hier geil in also jetzt so gut halten da guck mal schwoll daneben ja er hat gewissen kommt sehr gut wie wir beide auch weg liegen ja du Yes! So, jetzt. Mitte, Mitte, Mitte. Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Ja, nein. Egal, das macht nichts, das macht nichts. Den kriege ich. Nicht. Aber ich habe ihn abgewehrt, Mann. Den machen sie nicht, den machen sie nicht. Nein, jetzt mach ich fast ein Tor. Das ist schlecht. Warum klappt das immer nur auf unserer Seite? Ah, was mache ich denn? Warum drehe ich mich denn ständig? Ich drücke irgendeine Tastenkombination, die ich gar nicht will. Nein. Scheiße. Yes. Weg damit, bitte. Rein, 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 rein. Okay, ja, 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 bitte, nein. Verdammt, ja. Nein. Nein. Noch ein bisschen Turo. Spruing. Spruing. Na. Verdammt. Ja. 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 Geil. Sehr cool. Das ist aber ein geiles Zusammenspiel jetzt. Ja, Mann, aber ich hab den Tüten, der den eigentlich wegkicken wollte, hab ich reingetreten. Guck da. Ja. Sehr schön. Reingebumst. Großartig. Ja, Mann. Ich schon wieder. Du. Mando. Kein Bock mehr hier. Randa. Der Erste zu sein. Lass mir, Rania, dann Sevilla oder wie war das? Genau. Eine Minute noch, Wocke. Nein, 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 nein. Nein, scheiße. Ah, verdammt. Eigentlich wollte ich ihn wegkicken, aber ich hab ihn reingemacht. Verdammt. Dabei hatte ich so gute Chancen. Da, guck da. Bam. Schön rein. Nein. Eine Sekunde später, du hättest ihn wieder rausgekickt. Ja. So. Schön mit dem Du. Ich hab diesmal nochmal schön mit meinem Einhorn nochmal nachgekickt. Ja. Nachgestoßen. Jetzt Du. Geil. Ja. Ja, war der ist mit dem so richtigen. Äh, ist das schade. Komm bitte. Nein. Nein. Wocke. Nein. Nein. Ah. Jetzt muss es, jetzt wird es aber hier hängen wieder. Jetzt ist es aber richtig knapp hier. 30 Sekunden noch. Mann, 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 Mann. Jetzt bin ich so sicher davon ausgehen, dass du den kriegst in der Mitte. Ja. Ja. Du. Ich. Ja. Oh, da kommt er. Ah, nee, der fliegt zu denen. Nein. Nee, der fliegt doch nicht zu denen. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, mach wat. Und das gibt es überhaupt nicht. Ich stehe unter den Ball und springe daneben. Ja. Oh Gott, geil, 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 geil. Junge. Und weg damit. Einfach erstmal weg. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Doch, ja. Geil. Awesome. Geil. Ja, Mann, in die letzte Ecke hast du den getreten. Guck dir das an. Und der ist noch dran. Ja, Mann. Krass. Ah, sehr schön So, jetzt 10 Sekunden noch Du, du stehst vor mir Du musst kein Gegentor kriegen Nee Zeit finden 4, 3, 2, 1 Ja, ja, bitte, geh rein Nein Verdammt Aber gewonnen Es regt die Blümchen Geil Sehr schön Ein Traum Großartig, Revanche? Können wir eigentlich machen, ne? Das war gar nicht so schlecht Ja, eigentlich ja Das war auch ganz gut eigentlich so als Gegner Die fand ich jetzt nicht doof Nö Haben auch nicht übelst rumgebumst Waren keine Smurfs und so Mein Gott Ist noch, wir haben gewonnen Ah, das gibt's doch nicht Jetzt muss ich mir spontan die Palme schütteln hier Dafür hab ich eigentlich das richtige Auto Ja Krieg ich Jawollo Nein Hab ich Ja Ein Traum Ach, jetzt sind wir blau Wie verdammt Nein, verdammt Ich hab kein Turbo Das ist doof Wo ist denn hier Turbo? Beach Ja 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 Nein Hört auf Zimper Ja Da hat er mich zwar angebumst, aber Es macht hier nichts Ohne mich Ich hab ihn trotzdem noch getroffen So, ein Traum Du Ich Du Ah, toll Plunk Ey, komm mir auf die Beine Ich hab leider Ich hab leider kein Turbo Wocke Ey Knallt ihr mich hier einfach Was? Ja, genau das sag ich mir auch Nein, Wocke Oh Gott Nein Warum könnte ich so geil hüpfen? Das will ich auch können Das ist nicht Alter Warum treffen die alles wenn die hüpfen? Oh, scheiße Ich treffe immer nichts wenn ich hüpfe Ups Wollte ich nicht Null Genau das meine ich Ja, siehst du Schön Ab durch die Mitte Oh, scheiße Ist mein Turbo wieder weg Nein Nein, 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 nein Ja Oh, das war Das war Scheiße Habe Sohme Ja, aber nicht von mir Ich hätte den eigentlich mitgenommen Eigentlich hätte ich den mitgenommen Oh, Entschuldigung Alles gut Eigentlich hätte ich den mitgenommen Jetzt bitte Von der Mitte Bis zur Tide Jawoll Jawoll Oh Wuhu Ein Träumchen Da stand er genau richtig Bamm Aber sowas von richtig Meine Herren Krasse Doppelpassaktion jetzt hier Du Ich Ja Ja So schlecht sind wir doch gar nicht, oder? Ne, so ganz so schlecht sind wir nicht Nur so ein bisschen Ganz sooo Ganz sooo schlecht sind wir ja jetzt doch nicht Huii Höh Da Pietsch Cool Cool, cool, cool Nein Komm zurück Ja, ja Ich will nicht fliegen Ja, ja, ja Ich habe kein Turbo Egal Das ist schlecht, nein Hier Ja Oh, danke Bitte Das habe ich gebraucht, Mann Nein Habe ich Bitte Bitte sag, dass du ihm Jawoll Nein 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 Das pfeift runterher, Alter Jetzt bummst du mich hier weg Oh Mann Bitte Come on Ja, Mann Ja Ich habe den Torschützen weggemacht Die Noten haben sie gezogen Ja, doch, doch, doch Er ist nur hier, er ist nur hier dabei Ja Nein Bocke Mach was Ja Hat er Das ist ein Traum Hat er Nein Gehe ich in diese Richtung Ist immer schlecht Geil Und lass ihn laufen Geiler Scheiß Ja, Mann 3 zu 0, Alter Die bauen wir auseinander Ja Aber mal so richtig, richtig Wir haben nur so getan, als wäre ein Geschlecht Genau In Wirklichkeit sind wir hier die Ultrapros Wir spielen ja schon seit 400 Jahren Genau Du Du Ganz wichtig Vor allem ganz wichtig Ich wackele jetzt ständig hier mit Wenn ich irgendwo hier in die Kurve mich lehne Genau Wie beim Motorradfahren Was passiert jetzt? Nein Nein Wir stehen einfach vorbei und gucken Zu Was für Scheiß Nein, eigentlich habe ich nicht zugeguckt Eigentlich habe ich irgendwas Eigentlich wollte ich den wegkicken Aber ich habe es mal wieder nicht hingekriegt Achso, du hast gewartet, bis du noch mal auf die Erde kommst Ja, Mann Da guckst du Ja, Mann, das war sehr dumm Weil ich kann ja noch nicht fliegen, Mann Ich Äh, ja Ne, du Ich Du Weil ich kann ja Ich kann in diesem Game noch nicht fliegen Ja, ich auch nicht Ja, das ist das Problem Ich bin hinten Juhu Ja Nein Nein Verdammisch Uah, kacki Okay, hinterher Angriff Die haben so getan Als man so schreckt, weißt du Ja, ja Jetzt kommen sie steil aus dem Gebüsch hier Ja, Mann Ah, fuck Ja Genau, das sehe ich genauso Nerv Ich Du Schön Schönes Ding in der Ah, Wocke, bitte Nein Nein Ne, zurück Mit Turbo Ich habe keinen Oh, Gott Nein Oh, Gott Was haben die getan Nein Nein Und jetzt haben die den Ausgleich, Alter Wie schlimm Verdammt Da Oh, Wocke, der Stand ist im Willen Ja, Mann Wie bescheuert Oh, verdammt Egal Du Ich Mach nichts Oh, ah, loll Oh, ah, oh Nein, Wocke Oh, nein Geht daneben, geht daneben, geht daneben Oh, verdammt Oh, verdammt Oh, verdammt Beach Nein, nee Das glaube ich nicht Verdammt Das glaube ich einfach nicht Wocke, wir müssen uns jetzt ranhalten Ja, wir müssen mal ein Tor schießen jetzt einfach Ja Er hat einfach seinen Teammate da reingekickt Ja, ja Hast du das gesehen? Hab ich Geil Nein, du Ich So Jetzt aber Oh, er kommt nicht hin Höher, quietsch Großartig Ah Nein, ja Nein, doch No Nein Ey, Junge Nein Warum bin ich Trübe erst gefahren Scheiße Ja gut, das kriegen wir nicht mehr hin Jetzt haben die gewonnen Ich tue ein Stück Oh, Wocke Das macht man doch nicht Den hat er mit Schmackes nochmal reingedonnert Du Ja Lol Lol Ne, das kriegen wir leider nicht mehr hin Hui Komm Geh da rein wenigstens jetzt noch ein Ja Ja Ey, wenn wir jetzt in den letzten 30 Sekunden noch ein Tor kriegen Das ist dein Rast Ich komplett auch Ich Ja, ich auch Nein, ich geh noch Alles oder nix Geil Ja gut, vorhin haben wir gewonnen Ja, Mann Sehr, sehr, sehr cool Sehr, 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 sehr cool Ja, Mann Oh, was hab ich denn für lustige Reha gekriegt Ich hab ne Kartoffelantenne gekriegt Du spielst ja auch wie eine Danke Bitte Nochmal Ja, warum nicht, ne? Komm Wobei, der eine ist rausgegangen, der Profi Ah, dann gehen wir auch raus Oh, okay Zurück zum Hauptmenü Ja, dann neues Spiel, neues Glück Ja Dann, weißt du was? Was denn? Such ich mir mal die Karre aus Ja, das ist doch die hier, glaub ich Ja, komm Mit dem Ding geht's eigentlich immer noch am besten Das ist meine absolute Lieblingskiste hier Mit dem Wikinger meinst du? Ja, mein kleiner Wikinger, der ist super Ja Damit kann ich wirklich am besten spielen Das ist echt so Ja, sehr gut Und ich glaub, das ist auch die Karre, bei der ich vorhin sagte mit dem von der Palme wedeln, dass das das Auto ist Äh... Mit dem Turbo? Ach so, ja, 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 ja Liebe Zuschauer, ihr werdet es gleich sehen Hoffentlich Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das das Auto war Ja, doch Ja, doch, war das? Ist das? Ja, sprichwörtlich der Sperma-Turbo So Ich Äh Ja, ich Ja Ihr werdet es jetzt sehen, Leute Jawohl, da ist der Sperma-Turbo Mit dem, okay, mit dem, der kommt jetzt gleich Ja, ja, ja Glaube ich Der kommt nicht Doch Ja, scheiße Der war außen Der war außen Das war glück Er war außen Ja, guck dir das mal an Der war Das war ein Traum Ich hab den noch geluppt hier Ja, guck Bamm, bamm Super Ja, komm, der war gut Großartig Äh, ich Ja, du Lol Die sind alle beide am Ball vorbeigefahren Das hätte ich sein können Sind die drei zufällig mit mir verwandt, die Typen? Alter, war es Das hat er mich einfach weggemacht Das gibt's doch nicht Oh, lol Ich knall volle Müll Und ich, du bist du fahr ins Tor Warum, warum denn ins Tor? Ja, weil ich nicht fahren kann Ach so Das erklärt natürlich einiges Ups Lol Kann aber auch nicht So Äh, äh Junge Das sind ja immer Boomsa, du Aber sowas von, oder? Ja, doch Kommt hin Bitch Nein Lol Haha, nicht gekriegt Alter, was Das gibt's doch überhaupt nicht Jedes Mal kommt er entgegen Und schießt jedes Mal den Ball von meiner Haube weg Das gibt's überhaupt nicht Doch, bei Roller Nee Ja Das ist doch total assi Ist das doch Nein Warum mach ich nicht rückwärts sein, Thomas? Ich weiß es nicht Warum machst du sowas? Ich weiß es auch nicht Ja, das ist schön Na Ups, ich fahr vorbei Ja Danke, danke vielmals Bitteschön Ich bin so unfähig mit diesem Gamepad Nimm das so, du und Maus Nein, das geht gar nicht Das hab ich ausprobiert Das geht überhaupt nicht Ja, du Okay Ja, sehr schön Mitte Ja, sagst du sowas früher? Nein Oh lol Nein Geil Jetzt Ah Quietsch Nein Nein Wieso denn daneben? Warum? Doch erbärmlich ist das von mir So, irgendwo Ja, Wuckel Jetzt aber Pietsch Nein Nein So was darfst du mir nicht zutrauen Lol Alter, was ist er Was ist denn Farnas für ein Assi? Ja, ist ein Dumser Ja und vor allem Der kann total hier spielen Warum haben wir den Gegen unser Team? Einer ist vorhin rausgegangen Ich weiß nicht, wer jetzt du Ich weiß jetzt nicht, wer reingekommen ist Für ihn Der ist immer genau da, wo er nicht sein soll Das ist schlecht für uns Ja Prinzipiell Und egal, wo ich den Ball hinspiele Er weiß immer, wo ich den Ball hinspiele Und vor allem Hol der mir immer von der Motorhaube runter Vielleicht ist das ja ein Bot Nein Das ist kein Bot Bitt ihr sicher? Ja Gebt Stulle Ja Nein Nein Boah, bin ich schlecht Ich treff den Bein nicht mal beim Fahren Du eierst die ganze Zeit da in der Ecke rum Ja, Mann Sehr geil Nee Ungeil Alter, was ist er für ein Heizer, ey Ja, er heizt Ich weiß nicht, wo er den ganzen Turbo herkriegt Aber er heizt Permanent Und er bummst viel Ja Scheiße Scheiß Spieler Scheiß Charakter Das war sehr gut Sollen wir jetzt mal nach vorne kriegen Das Ding hier Wir können von mir aus auch gerne einfach nur diese Alles, guck dir das mal an Ja, Mann, ich seh's doch Wie er hier rumwirbelt Was ist er denn für ein Vollhonk? Ah What? Alter, das gibt's überhaupt nicht Er weiß immer genau, wo dieser Scheiß Ball ist Und trifft ihn immer Immer perfekt Ja, ist klar Nein, nein Scheiße Alter Ich wollte noch hinterherkommen, aber es ging nicht mehr Kann mir doch keiner erzählen, dass das keine Smurfs sind Weiß man ja nicht Dem, äh, ragenwürdig angezeigt Ja Ich, du, du, ich Du, du, du Du, du, du Aber wer ist ein Bot wäre, würde nicht Playstation Network angezeigt werden Na ja, vielleicht doch Nee Okay Na Den kriegen sie wieder Nein Oh, geil Ich stehe in der Mitte Dann rein Amix Alter, nein Das ist nicht wahr Ach, du, du, her Und ich hab kein Turbo Nein Alter Das ist nicht wahr, ey Doch Absolut frustrierend, solche Leute Ja Ja, und der kann auch fliegen, der ist da gerade so rumgeflogen Ja, ja Das heißt, der tut nur so Weggetreten Den auch Jetzt wird zurückgepumst Ja, ja Der tut nur so, als könnte er nichts Ah, ja Lol So was ist stumpf Ja Ja, ja Du kannst mir erzählen, was du willst So Mit O Jawohl V mit V Richtig Ähm Oh, das hast du gesagt Nein, das stimmt nicht Egal Faszinierend Einen noch? Äh, okay Einen noch Einen noch Einen noch Einer geht noch Einer geht noch Dann sind wir auch noch in der Zeit Ähm Ja, Smurfs sind Schlecht und scheiße Und können nix Ja, Smurfs ist total assi Alle, die jetzt zugucken und Smurfs haben Fickt euch Fühlt euch gebumst Richtig Äh Ich Ja, du Soundfile kommt Was für ein Pfeil? Soundfile Ach ne Reserviert Spiele suchen Leute Wollt schon sagen Ich dachte, da hat sich einer Soundfile genannt Das wäre lustig gewesen Das stimmt Alter, das ist nicht sein scheiß Ernst Schon wieder so ein Bumser hier? Ja, natürlich Habe ich gesehen Dankeschön Sehr schön Er hat ihn noch versucht raus zu kegeln Bam Aber da kam ich Rainer Müll Schade für ihn Ja Sehr schön Ich Du Ich doch direkt sehe ich das Oh lol Ich fliege voll dran vorbei Boah, ist das schlecht Lol Ja, klar Er fliegt auch schon Ja, das ist auch schon wieder so ein Flieger Ja, Leute Ey Ja, ja Ist klar Ah ja Das finde ich du Das finde ich ein bisschen doof Vom Matchmaking her Dass man tatsächlich dann auch so Wow Teilweise mit so Ja, du gewinnst halt so Kein Blumentopf Nein Ja, den Turbo wollte ich haben, Mann Entschuldigung Nein, ich habe ihn nicht gesehen Scheiße Ich muss mal vorausschauen da fahren Du, ich Ich Du Ach, sehr schön Leckt mich Pizza Aber der eine fliegende Typ hat das Spiel just in dem Moment verlassen Ach, sowas Ja Weil ein Gegentor kassiert hat wahrscheinlich Weiß ich nicht Rage quit Du, ich, ich Wo ist der Ball Da hinten Warum sind der Ball da hinten Auf unserer Seite, Mann Nein Doch Oh Nein Mann Ist man, du bist doch stumpf wie Brot Meine Frisse Es ist ja nicht zu glauben Du, ich mache Vorbildsache Du kannst es also auch Irgendwann, du Ja, ja Total doof So Kommt, bitte Ja, da bin ich aber gerade nicht Und ich habe kein Turbo Da, er kommt wirklich Irgendwann, irgendwo Irgendwann Nein Ja, bitte Bitte mach ihn Ja Alter, was ne Geburt, ey Geil Ich raste aus Jawollo Nein, guck mal Da sieht man noch Wie ich vorbeifliege, ey Ich trottel Du Ja Aber es ist so lustig Wie man hier die ganze Zeit Immer mitwippt Es ist, du gehst total mit Als willst du Motorrad fahren hier Aber hallo Wo ist der Ball Da Hinten Liege auf der Lauer Schön Er kommt zurück ins Nicht-Mittelfeld Aber okay Nein Warum Ich will ihn eigentlich Eigentlich will ich ihn reintreten Worte Mit Schmackis Aber Nein Ja Nein Ich habe ihn nicht Kriegt Kommt hinterher Dämmig Oh, Entschuldigung Alles gut Na Ich habe kein Turbo Loll Warum war ich fahre an der Wand Das will ich ja gar nicht Hallo Will ich wieder runter Ich fahre an der Wand Das will ich ja gar nicht Schön Ja Ein Traumtor Ja, Mann ETT Ein Traumtor ETT Ein Traumtor Nochmal kurz Abgeschossen Sehr schön Um ihn dann reinzukicken Du Ich Volle Ladung Vorwärts Geil Der Nächste Das Game Verlassen Oh Oh Loll Sag doch was Als er kommt Ja, kommt Na, er kommt zurück Und er kommt schon wieder zurück Alter, hier ist Tischtennis Kein Fußball Jetzt aber Nein Wieder vorbeigefahren Nein, ich auch Scheiße Gott, bin ich schlecht Ja Gerettet Bitte darum Oh Entschuldige Alles gut Alles gut Nein Nein Ah, scheiße Keinji Bully Profi Profi Lol Ja Ist ein Rang über uns Glaube ich Okay Aber das hat man In der Wiedererholung Gesehen, dass der Typ Als er den Ball getroffen hat Noch rausgegangen ist Du Okay Also nicht dieser Kenji, sondern Irgendwer anders Bamm Bitte Ja Yes Oh Mit Vorlage Junge Junge Tete Traumtor Und tolles Team Und alles Und alles So mit der Rechten Po-Backe Äh Ich, du Du, ich, ich Tue Ah fuck Ja Hat der Nein Und ich wollte gerade sagen Da hat er gelauert Nein Ja ich wollte gerade sagen Da hat er gelauert Aber hat er nicht gelauert Aber hat nicht getroffen Achso Oh, lol Ich auch nicht Rums Es ist so lustig Dass man hier an der Wand fahren kann Ja, kann man Immer schon Ja, ja Ich weiß Ich finde das nur lustig Weil Schwerkraft Warum? Da brauchst du Schwerkraft Ja, was bei diesem Spiel Irgendwie Schwerkraft mäßig Ist sowieso Alles anders Äh, ich Drehe mich Nein Doch Wir fangen an zu singen Nein Scheiße Ich bin defensiv hinten Ja, ja Ja, ja So Jetzt rander Da Mitte Tschüss Nein Nein Geil Donnert er voll daneben Pling Pling Neun Ja Alter Sein Ernst Yes Haben wir gewonnen Ja Juhu Da, bitteschön Flong, 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 flatsch, 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 flatsch Das ist ekelhaft Überhaupt nicht Ja, liebe Leute Vielen Dank für's Zuschauen Das war jetzt neues Level Habt ihr erst gesehen? Ich hab ein neues Level Du hast ein neues Level? Was bist du denn jetzt? Profi oder was? 17 bin ich jetzt Keine Ahnung, was das ist 17, achso Ich bin 22 Was ist man da? Keine Ahnung, was du da bist, Mann Ich auch nicht Guck dir mal in den Optionen Oder Wo kann man das sehen? Ich hab keine Ahnung Karriere Garagen Ranglisten Karriere Ranglist Statistik Statistik Karriereverlauf Gespielte Zeit Siege Tore Bissanz Tore Statistik Rangliste Wo bin ich denn? Liga 99 Gibt's einen tieferen Platz? Ja, mein 91 Ach, ich hab 90 Siege Nicht Platz 90 Ist jetzt auch egal Ja Aufgeschissen Keine Ahnung Auf jeden Fall Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr seid Nächstes Mal wieder dabei Wenn's euch gefällt Daumen hoch Wenn nicht Daumen runter Ihr kennt das Spiel Und Schaut einfach wieder rein Dankeschön Tschüss Bis dann Tschüss